Was ist der Automarkt? Das größte Investitionsprogramm in der chinesischen Autogeschichte. Dringend nötig, um mit dem Turbowachstum des Marktes standzuhalten. Denn die zahlmäßig immense Mittelschicht beginnt gerade erst mit der Automobilisierung. Wir haben im letzten Jahr 2,8 Millionen Fahrzeuge hier verkauft. In der gesamten Welt 9,3 Millionen. Allein diese Relation zeigt, wie wichtig dieser Markt für uns ist. Und er wird an Wichtigkeit gewinnen. Wir reden, was die Bevölkerung betrifft und was die Fahrzeugdichte betrifft, vorwiegend momentan auch über die Ostseite. Der Westen wird wachsen. Deswegen haben wir da eine neue Fabrik gebaut. Und weitere Fabriken werden folgen. Also dieser Markt wird weiter wachsen. Der große Wunsch nach Mobilität bedeutet auch, dass die Umwelt stark darunter leiden würde, wenn die Automobildichte so groß wäre wie bei uns in Europa. VW sieht sich in diesem Punkt selbst in der Pflicht und steckt mehr als 6 Milliarden Euro des 9,8 Milliarden Investments in die Entwicklung verbrauchsgünstiger Antriebe sowie der umweltschonenden Produktion. Sieben Werke sollen gebaut werden. 25.000 Chinesen werden so einen neuen Job bekommen. Und das ist die Zukunft der Pflicht.